Musik Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmchen heute mit dem Orakel Leverkusen gegen Hoffenheim. So, gehen wir mal das Spiel rein. Überspringen wir mal hier. So, also ich tippe mal auf ein... 3-1, 3-0. Ich sage aber eher 3-1. Ich schätze mal, dass die die Serie weiter führen. Also alles andere als die Meisterschaft. Ah. Da müsste viel passieren, dass die jetzt alles versauen. Jonathan Tah spielt mit Piero Incappier in der Innenverteidigung. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Boah. Ja, gehalten erst mal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Gibt ein... Ach, schade. So, erste Halbzeit spiele ich natürlich Leverkusen. Zweite Halbzeit spiele ich Hof in Haar. Anton Stach. Stach. Bayer Leverkusen geht mit der besten Heimbilanz in dieses Spiel. Elf Siege aus 13 Partien. Wenn die zu Hause den Rasen betreten, dann zittert jeder Gegner. Dann weiß jeder Gegner. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Und damit ist der erste Körfer in diesem Spiel hier gefallen. Goal. War das Schakka oder wer ist das? Also von dir aus sieht es aus wie Schakka. Oder wird es? Ja, von schönes Tor. Ja, wird es was. Der ist aber schnell hier, oder? Aber er setzt sich trotzdem durch. Weiter geht es. Nochmal wird es. Ist das das Tor? Oh nein, das wollte ich nicht. Boah. Komm drauf. Hab von ihm Pong, du bist doch schnell. Boah, guck mal, wie der abgeht. Wie Zäpfchen. Wichtig, er holt den Ball. In Kapier. In Kapier. Chaka. Und er holt es sich. Ach. Und es gibt natürlich ein Wurf. Verdammt. Schwacher Ball. Oh. Hofmann. Robert Andrich. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteile. Ja, vorbei ist er. Boah. Alles weg. So, Halbzeit. Wir sehen uns dann nach der Halbzeit. So, weiter geht's. Jetzt mit Hoffenheim hier. Hoffenheim hat noch einiges zu tun hier. Sie gehen mit einem knappen Rückstand in diese zweite Spielhälfte. Ich weiß gar nicht, wie Hoffenheim im Moment drauf ist. Kann ich euch nicht sagen. So, Leverkusen und so verfolge ich. Also die Obersten. Das sind Mitspieler frei. Oh, nee. Ja, passt auf und wirr in den Schuss. Ach. Angriff Bandits. Ja, nein. Jetzt können Sie kontern. Aha. Was kommt nicht an? Oh, wird's, 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 oh. Auch wird's muss man aufpassen. Also wird's und muss ja alleine DFB. Nationalmannschaft ist schon echt wild. Kramaric. Ach, ich wollte gerade rüberspielen. Ah, bedämmt. So, Eckeball. Gut mit dem Kopf, aber knapp drüber. So, wie immer könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal, es tut einer. Nein, 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 nein. Also Bayern gegen Dortmund kommt heute auch noch als Orakel. Das wäre natürlich schon deutlicher Rückstatt gewesen. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen Sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Ach. Ganz energisch. Mensch. Mit denen komme ich gar nicht so richtig klar, ja. Mit Leverkusen war schon besser. Jonas Hoffmann. Hoffmann. Oh, Mann. Jetzt ist er vorbei. Oh. Ball kommt in die Mitte. Oh. Lauf. Nein. Eckball. Leverkusen mit dem Wechsel. Ich habe mir nur gedacht, ich mache heute zwei, weil Leverkusen ja irgendwie Titelanwärter ist und die echt super drauf sind. Mache ich hier mal Leverkusen. Ach. Da kommt kein Ball bei mir an. Und das war's für heute in diesem Spiel. Es steht fast die beste Heimannschaft. 1-0 für Leverkusen. Wenn wieder drei Punkte. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.